Meist is she am Tegernsee Meist is she Hallo und willkommen am Tegernsee zu unserer kleinen Wandertour zum Bauer in der Au. Naja, Wandertour, Spaziergang. Der WA7 ist schon recht gemütlich, aber sehr reizvoll. Wir starten in Bad Wiessee, Parkplatz am Söllbach, direkt unterhalb vom Sonnenbichel. Bestens ausgeschildert und nur ein paar Schritte. Natur pur. Eine Augenweide. Wir folgen dem geteerten Sträßchen. Wenn dieses Bild vor uns auftaucht, sind wir am Ziel. In aller Ruhe gibt sich hier das Wild dem Esen hin. Und da ist er. Der Bauer in der Au. Ein Stück vom Himmel und so leicht erreichbar. Der Rückweg bietet dann eine volle Portion Tegernsee für die Augen. WA7 5,5 Kilometer, ca. 1 Stunde, 45 Minuten Gehzeit und dein Gefühl, nicht angestrengt. Aber man hat was gemacht. War draußen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020